Hey! Willkommen zur vierten Folge von The Walking Dead. Und wir sind jetzt immer noch dabei irgendwie die Medizin für diesen Herren hier zu suchen. Aber wir kommen leider nicht zu der Apotheke, wo eigentlich die Medizin sein soll, weil die Tür verschlossen ist. Das heißt, wir bogen den Schlüssel und den müssen wir jetzt suchen. Mal hier mal kurz fragen und so. Hey there, this is Glen and I'm kind of in the jam here. Little girl, if you're there, can you put your daddy on the phone or on the talkie or whatever? This is Lee, what's up? So, I'm down at that Motor Inn and, well, I'm stuck. Stuck? Yeah, I saw a chance to get some supplies for the group and a bunch of the Roman ones got to jump on me. I'm hiding over here, but they won't leave. What's up? Glen's trapped down at the Motor Inn. Hey Glen, we're gonna talk it over and send a group to come get you, alright? Awesome, I'll sit tight till then. Sounds good. I'm gonna hold on to this until we get Glen back, okay? I'll take good care of it. What do you think? I think Doug's not great around zombies. You've got your family here. I'll take Carly and her dead eye down to the Motor Inn, get Glen and get back here as fast as I can. If that's what you want to do. Somebody's got to. Yeah, I'm in. Good. Doesn't sound too bad there right now. Let me know as soon as you want to head out. I could use a jog. No more to turn now. Hey, what? What can I take here? Energieriegel. Do we have something to feed? Well then. What is there? Another Energieriegel. Wait, where does the whole Energieriegel come from? What do we have here? We need some money. We need some money. We need some money. It's not damaged. And this place didn't get looted. Okay. You can still get money. Uh, yeah. Elson's Box. We've already searched it. We've already searched it. We've already searched it. Uh. What? I found this remote in the office, but I'm pretty sure the batteries won't fit. Okay. It needs the big stumpy ones. Yeah, these are no good. Okay. What is the other? Here. I've been fine with some stuff to eat. Oh, uh, thanks. You're welcome. Are you sure your girl doesn't eat it? Oh, uh, yeah, she might, I suppose. Yeah, give it to her. I can take care of myself. Okay. Okay. Ich hab doch zwei. Sie hätte ruhig einen abhaben können. Okay, gleich mal anrufen. Reden mit Doc? Nein. Wo ist denn hier? Dings. Untersuchung. Grußkarte. No, I'm sorry to hear your loved one was eaten by the living dead guards. Try to get some rest, honey. How can I with those things out there? It's not much but here. For the boy. Oh, thanks, Lee. He appreciates it. Not sweet, Lee. Das wäre das letzte, was ich getan haben wollte. Oder tun wollte. Jetzt habe ich hier einen Riegel an den Jungner verschwendet. Was soll das? Man kann es aber immer noch trinken. Also. Noch eine Energieriegel. Oh, wo kommen die schon plötzlich alle her? Äh. Wo ist sie denn? Bin jetzt schon eine ganze Runde gelaufen. Ah, hier. Jawoll. Jetzt freuen sie sich alle. Ähm. Was war das? Nix. Okay, dann reden wir mal hier mit... Mit... Wo ist der denn? Ähm. Komplett verpeilt hier alles. Ähm. Das war ein Kurskotten? Nee. Ah, hier. Der hier. Ähm. Dug. Heard or seen anything? Nothing, luckily. Wanna step outside, have a look around? Ha. I'm not suicidal yet. No, the gate out there is closed. We can hang out in front of the store and be fine. Ah. Ja, hm. Oh, okay. Sehen wir uns mal um. Sure. Let's go have a look around. Cool. And we'll keep it down. Don't need to bring them back this way with any unnecessary noises. Agreed. Ich glaube der Typ muss verrecken. Ich habe hier nur so viel zu tun. Ich kann die Medizin nicht abholen hier. Komm einfach nicht zur Apotheke. Jesus. Ach, der sieht ja lustig aus hier, der da vorne. He he. He he. He he. I think of this. They just... ...eat. As far as I can tell, it's all I care about. Everyone gets you. They eat you. And whatever's left comes back as one of them. How the fuck? I think it might be more than a couple days before all this gets sorted out. Ja, ich glaube auch so. Wir sollten es hier ausziehen. Ich kann nicht auf diesen Brücken erreichen. Hey, Mann, was machst du? Wir können nicht mehr darüber nachdenken, ohne dass die Schlüsse rauskommen sind, sicherlich. Okay, sehr gut. Es ist eine Kombination, Mark. Ähm, wie bist du hier gelandet? Ich bin hier geblieben, um mit meinem Onkel zu leben. Er macht technische Sachen und es hat einfach Sinn gemacht. Also, du bist lokal. Du kennst wahrscheinlich die Verkaufsgeräte. Nein, nicht wirklich. Ich bin hier nur ein paar Monate und habe viel Zeit. Auf dem Computer? Nein, ich mache nur mein eigenes Ding. Was für dich? Ähm, ich kenne ein paar Leute hier. Ne, ich bin hier aufgewachsen, ne? Der Typ ist hier aufgewachsen, stimmt doch so. Ich habe hier gewachsen. Ich habe versucht, nach Hause zu kommen, seit der Tod zurückgekommen. Oh, also, du kennst dann wahrscheinlich die Verkaufsgeräte? Ja, ich habe es. Gute Leute. Ähm... Meinst du, wir sind hier sicher? Ähm, weißt du, wo die Schlossnussapotheke sind? Any idea where the pharmacy keys might be? We searched high and low inside before you guys got here. They weren't on the old couple we took out of the office. Are you okay? I'm fine. If the keys aren't in the drugstore, think they could be out here? We now live in a world where getting up and walking away is an actual possibility, so... Right. Ähm... Ich bin immer noch in der Zielstelle, ne? Geh mal... Hab ich schon gefragt, äh, gehen wir hinein? Nein. Meinst du, wir sind hier sicher? Ähm... Wie sind die da drin denn so? Oh, naja... Carly ist ziemlich nett, du weißt... Ja... Lilly nimmt keinen Schraub. Sie läuft den Show, die Leute auf der Seite und Dinge wie so. Und... Und... Dad... Ja... Der Schatz. Er ist ein bisschen ein Scheiß. Entschuldigung, mein Frisch. Dann... Ja... Hier... Ich... Es hängt. Ich denke, du kannst mit dem nichts tun? Ja... Ich war immer mit dem, als ich ein Kind war, aber... Es gibt noch viel zu tun, aber... Es gibt noch viel zu tun. Man, ich miss meine Roboter. Du bist ein strange Typ, Doug. Ich weiß. Okay... Was haben wir denn da hinten? Ja... Und das ist ein heistiges Fortification-Job da oben. Ja... Es funktioniert nicht. Hey Mann, was machst du denn? Wir können nicht mehr darüber nachdenken, zu gehen, ohne dass die Schlüsse raus sind. Für sicher. Was haben wir denn da hinten? Ich habe das gemacht. Ich habe das gemacht. Aber es war zu risiko. Und dann kamen ein paar Leute und sie haben versucht. Und was ist passiert? Ich glaube, sie sind die meisten, die du da sehen, die da draußen wandern. Ähm... Das Ort ist voll von TV's und Elektronik. Das ist voll von Elektrogeräten. Das ist doch hier Fernbedienung los. Mach mal an. Jetzt auf einmal. Jetzt auf einmal... Es funktioniert. Der sieht so süß aus. Jetzt kriegt er dazu den Fernseher hin. Ähm... Ich könnte ja mit dem Ziegelstein das Fenster hier einschmeißen. Dann könnte man da wahrscheinlich mehr hören. Und die Zombies würden da auch hinlaufen. Baumarkt. Achso, stimmt. Schau mal an den einen, der da draußen befestigt ist. Oh, schau mal an den einen, der da oben befestigt ist. Oh, schau mal an den einen. Oh, schau mal an den einen. Kennst du den Mann? Ah... ... ... Kind of B. ... ... Ah, you're from around here, huh? Could be anybody, you know? And they start rotting and get all chewed up and... Shut up, Doug. Schau mal auf die Uniform. Er könnte in der Drog-Store arbeiten, und mit Schlüsseln in den Haufen. Ich würde sehr viel efforten machen, um es sicher zu gehen und zu sehen, ob er die Schlüssel hat. Wenn wir irgendwie beobachten, dass er hier gearbeitet hat, denke ich, es wäre wert. Ich werde sehen, was ich finden kann. Ihr habt noch das Bild, da steht noch drauf. Das Mann da oben hat die Schlüssel. Wie kannst du sicher sein? Ich habe das in der Arbeit. Der Mann in der Fotos gearbeitet hier. Die Schlüssel sind auf ihm so gut wie wir können. Ja, ich glaube. Wir müssen einfach herausfinden, wie wir rauskommen und holen sie. Du brauchst nicht lange, oder? Nein, nur ein paar Sekunden. Vielleicht gibt es eine Art Weg, um sie zu entdecken und zu dir ein paar Zeit. Ich kann nicht diesen Brick erreichen. Ja, dann soll der fette hier mal Platz machen, damit du an den Stein rankommst. Mann. Äh, toll, ablenken. Wie soll das gehen? Ja, wie schon gesagt, mit dem Fenster einschmeißen, denn es ist lauter. Ja, hat er schon gesagt. Ich kann nicht irgendwie abbrechen. Hallo? Haben wir schon gesehen. Die wiederholen sich hier. Ein paar Sekunden zu suchen. Wir wissen nicht, ob er die Schlüssel hat. Mann, das ist ein heistige Fortification-Job da oben. Ja, das funktioniert nicht. Ähm, die Dinger mögen Fernsehen. Die Dinger mögen Fernsehen. Die Dinger mögen Fernsehen. Oder zumindest der Geräusch. Wenn sie lauter waren, könnten wir die Straße entfernen. Mua. Haha, wie schon gesagt, hier. Stein. Ich kann nicht diesen Brick erreichen. Ähm, ja. Okay. Äh, die eine hatte, äh, doch ne Waffe. Vielleicht kann die ja damit, äh, das Fenster da drüben aufballern. Ich hoffe, dass ich das hier jetzt irgendwie, äh, da weiterkomme. Oh man, falsche Tasse gedrückt. Äh, es braucht die große Stumpys. Ja, diese sind nicht gut. Hey da. Äh, bist du bereit für da draußen? Ähm, ich bin auf der Suche nach Badrinken. Nein, bist du bereit für da draußen? Bereit zu gehen? Du hast es. Du? Ja. Ja. Let's go. Let's go. Äh, was, wo gehen die denn jetzt lang? Irgendwie... Hm. Muss ich da wohl noch irgendwas machen, damit ich da... Oh. Okay. Ja. Oh. 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 Jesus, Glenn. Right there wasn't so hard. Can we get out of here before any of these things notice us? Not yet. There's a survivor trapped up there. No way. We gotta go. Now. Listen, I was out here looking for gas. And then, up there in the corner room, I heard crying coming from inside. Who is it? It's a girl. We talked and she got frightened. I was trying to get in and help her and she started yelling and saying I was bitten. I tried to convince her I wasn't, and that's when all these guys came out of the forest. A couple almost got me, and I ended up hiding in the ice machine. Lucky you. Now let's go. We can't just leave her. Damn right we can. You guys are suicidal. Over a girl. I'm saving her. With or without you. Think about it if it was you. Fine. Let's go save Glenn's damsel in distress. Okay. This is the plan. We don't know how hard it's going to be to get her out of that room. Yeah. It's boarded up. So we have to kill every one of them in here. Quietly. No noise attracts these things. Now let's have a look around. There's a pillow over there. That's about as far as I got when it came to supply gathering. I might have an idea for it. Okay. Nehmen wir uns mal das Kissen, ne? Das wird uns sicher helfen. Good luck smothering up to death. Das ist nicht wirklich was ich in mir habe. Oh Mann. Sie hat etwas essen. Oh, ich habe den da oben oben gelegt. So, die Zombies sehen uns, wenn man drüber guckt. Alles klar. Ich habe mich doch zogen. Game over. Oder? Okay. Sie sind tot. Klar. Ähm, ja. Hab ich das Kissen schon? Ja, das Kissen habe ich. Ähm. Die Mädchen sind dahinter. Die beiden sind auf dem Atem. Die beiden sind auf dem Ascente. Warte mal, was denn hier ist. Wir können uns bei dem Pickup. Bei dem Pickup verstecken. Ich sah eine, die zusammen auf dem anderen Seite des Auto. Ich sehe einen, den anderen Seite der Auto. Okay. Ich bin ja nicht mehr auf dem Pass. Okay. Ähm, warte mal. Ich bin ja nicht mehr auf dem Pass. was ich hier sagen kann okay dann rennen wir mal dahin super mal reingucken mhm was you gonna do with that i don't really know do you have any tricks for getting into cars not without tools making a bunch of noise and none with pillows i think i found a pretty damn good way to step these guys quietly now we just have to get it quiet ich wette wenn ich die scheife einschläge bin ich nun wieder tot aber ich probiere es einfach mal okay okay die haben die Tricks vergeben der Kurs mit hauptsächlich nebenan zu neuen ist dann muss Klaus okay der tun durch was ich nicht mit Schraubenzieher mit Kunde man doch eigentlich das Fenst aufmachen m nein wollte ich doch jetzt gar nicht Ich liebe diese Schuhe, aber es ist sicher nicht so kalt. Derjenige, der da sitzt, ist nur so gefährlich als die anderen. Dort liegt er, ne? Wir können etwas mit diesem Auto tun, ich glaube. Wenn es nicht für diesen Mann, die nahe der Front... Okay, mit dem Kissen diesen Zombies zersticken, oder was? Aber der Geruch! Nur folge meinen Lied. Bleib gleich hinter mir. Das war verrückt! Soweit so gut. Oh, er speichert! Wunderbar! Auto drücken. Tür öffnen. Vielleicht gibt es ja drin hier irgendwas brauchbares. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Zündkerze! Her damit! Warum liegt da einfach so ne Zündkerze? Ähm, was ist das hier? Freischalten, Gang wechseln. Okay. Okay. Um... Wir können diesen Mann von der Wand übernommen, ich glaube. Truck... Ähm... Nein. Wollte ich jetzt gar nicht. Okay, der sieht uns. Okay, dann schieben wir das Ding mal. Drücken. Oh, der ist nackst. Oh, der ist nackst. Was ist nackst. Oh, der ist nackst. Dann schieben wir das Ding mal. Okay, dann schieben wir die Flasche. Und wir können die Flasche verletzieren, oder? Okay, das ist nackst. Soll ich nicht nackst. Das könnte ein Gehirn schrauben. Das ist genau das, was ich dachte. Lass uns diese Leute rausnehmen. Beide auf, nah an diesen Leuten zu kommen. Ich kann dich nicht immer aufhören. Ne, das war jetzt links. Nach oben und nach rechts guckt er hier rein. Äh, ich kann nur noch zurück zur Ziegelwand. Wenn ich wüsste, was ich jetzt machen soll. Speichert. Schön, dass es speichert. Lass uns die Leute rausnehmen. Gehen nach oben und raus! Genau, einfach mal dran vorbei schleichen. Wird schon klappen. Wo ist die Frau hin? Ich hoffe, dass die Frau okay ist. Ich warte, um ihn näher zu kommen. Ah, da kommt er. Na los, schlag! Mach! Äh, warum hängt das? Hallo? Alter, das war gerade übelste Hänger. Lass ihn! Lass ihn! Ja, da kommt er so ins Auge rein. Jetzt nimmt er sich die Axt, ja? Okay, an die Axt komme ich nicht ran. Okay, jetzt kann ich, jetzt kann ich mir aber die Axt nehmen, oder? Dude, woher ging dein Axt? In diesem Eisbügg-Sizeiht-Hall. Ha! Holy shit! Es ist cool. Jetzt haben wir das. Sind Sie beide fertig? Und dann werden wir mal sehen, ob die Rettungsaktion fehlschlägt oder doch so funktioniert, wie die sich das denken. Also, bis denn!